Maxi und Moritz, M&M. So, ihr beiden, schön geworgen. Moin. So ist er, so hört sich er. Wir sind zwei ordentliche Jungs, die wissen, was ich gehört habe. Ich bin überzeugt, jetzt müssen wir gegen Bielefeld was machen. Verlier verboten. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wie das alles so läuft. Das ist das vierte Spiel. Ja, da muss man mal abwarten. Aber ich bin optimistisch. Die Abwehr hat gestanden wie eine Eiche und eine gute Abwehr musst du haben. Moin. Das ist dein wichtigstes Potenzial, oder? Dein Handy. Nein, mein wichtiges Potenzial ist meine Frau. Und ihr beide hier. Ihr beide auch. Und den Helm. Und wenn du jetzt aufsteigst, dann kriegst du ihn. Du kriegst von mir einen Helm. Hast du gehört? Ja, Logisch. Ich bin ja schon wieder in Bielefeld. Moin. Du belegst, ich kann nicht an das. Laszlo, alles gut? Ja, Logisch. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist gut. Der Teppich ist gelig. Haha. Moin, man guter. Waren alles gut? Alles gut? Seh ich auch so. Das war natürlich bei den Dünnen, ja? Er war bis er der Rigen, ja? Oder bei den Traugrigen, ja? Ihr wart ja alle Tage duge auf. Ja, Logisch. Alles richtig. Ja, Logisch. Moin, die Herren hier. Ja, Logisch. Was hab ich denn hier mit? Gegen die Sonne ist ja Scheiße, ne? Der ist wieder mit einem Bein hier, muss gewiss. Haha. Das ist ein härter. Das ist ein guter. So die Leute lieb ich. So muss das sein. Ja, Logisch. So kenn ich das von früher. Da gab es keine solche Sachen. Logisch. Ja, alles gut. Ja, ich mein, wenn du, ich will mal eins sagen, wenn du auf so'n Platz nicht fußwärts mich hast, dann musst du die Stiefeln über den Zaun schmeißen. Ja, weit weg, weit weg. Also, ich hab so'n Teppich nicht zu Hause. Nee. Also, entschuld' ich mal eben. Ich musste auf Grand spielen. Gefrorenen Grand. Ja, glaube ich. So ist es. Aber die Jungs sind alle okay. Logisch. Da gibt das gar nichts. Ich hab keine... Moin, mein Guter. Logisch. Mit der Mütze. Ja, die Mütze auf. Richtig. Hahaha. Und dann haben wir unsere schwedische Granate auch noch. Alle dabei. So ist es. Die kriegen sie nicht weg. Oha, hier. Alles. Wunderbar. Was denn? Meine Jungs machen doch noch ein Foto, ne? Wegen Jungs. Ja, ja. Logisch. Logisch. Das ist die letzte Legende, die hier noch hier ist. Baki, wieder im Training. Sauber. Das ist natürlich erstes Ordnung. Mit Timmi zusammen. Sauber. So ist es. Ja, du lachst da über. Das ist nichts zum Lachen. Das ist für mich wichtig. Was der junge Antti Nauberg nach vorne bringt, ist sagen, das schafft keiner hier in der Mannschaft. Ja. 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 Ja.